so und damit herzlich willkommen zur nächsten folge bei hoden exiles du sitzt im hintergrund schon unsere liebe anna die plünderin ist endlich fertig nach intensiven verhandlungsgesprächen hat sie sich bereit erklärt sich uns anzuschließen ja ich habe in der zwischenzeit da das natürlich sehr sehr lange gedauert hat da war hier natürlich einen namenhaften swall haben wie gesagt entsprechend hat das lange gedauert sie er in die knechtschaft zu bekommen habe ich die zeit schon mal genutzt und habe jede menge baustoffe schon mal vorbereitet also sprich jede menge stein jede menge holz schon in die weiterverarbeitung geschickt denn wie wir sehen sind wir mittlerweile schon über stufe 30 das bedeutet wir können jetzt schon die ja die eigentlichen großartigen architektur bauteile herstellen und brauchen dafür natürlich jede menge baustoffe so was ich in der zeit auch noch mal ergeben hat ich habe an der stelle wo wir unsere liebe anna her bekommen haben noch mal eine weitere namhafte dame getroffen wie ich gerade dabei bin zu überzeugen auch ihre arbeitskraft in unseren dienst zu stellen aber hier nämlich noch mal tessa die klinge lief wie gesagt an der gleichen stelle rum wo wir auch die anna her haben so da die liebe anna allerdings noch kein bisschen ausrüstung hatten müssen wir natürlich erstmal gucken dass wir sie ein bisschen auf vordermann bekommen einzige gut ist hat schon sie hat von haus aus schon recht viel lebenspunkte wenn wir mal gucken worauf sie so ein bisschen spezialisiert ist so was mal gucken werte die haben soll mal gucken so sie hat besonders hohe werte auf vitalität das ist schon mal gut überleben ist natürlich nicht ganz so geil weil das braucht man am wenigsten aber vitalität schon mal nicht schlechter wollen wir tatsächlich hin so da muss man muss erstmal gucken dass wir ihr ein bisschen ausrüstung organisieren wissen was hat man ja zum glück schon da müssen wir mal schauen was wir da am besten nehmen wir könnten hier theoretisch schon sagen den schweren hahnisch können wir nur schon mal nehmen mit 47 ja gut die stiefel sind jetzt nicht ideal aber für den anfang sollte schon mal gehen nehmen wir die beiden sachen schon mal da müssen wir mal gucken wir haben leider nicht so dolle viel auswahl daher nehmen wir hier mal die handschuhe und das ist momentan das beste was wir haben aber weil wir könnten die reparieren glaube ich nur die hätten 13 das aber gucken wir nehmen glaube ich erst mal die hier und ansonsten müssen wir auch mal gucken was wir hier noch zu nehmen na gut dann ausrüstung haben jetzt aktuell nicht so viel da können wir glaube ich muss die hosen nehmen wobei die aber auch 34 rüstung kamen und die so schlecht so tja die frage ist wollen wir noch einen hut verpassen na wobei die bus wobei die bus acht rüstung hätte das ist ein bisschen die frage jetzt nur andere sache wäre halt auch noch was für eine waffe geben wir ihr müssen wir schon mal eine waffe organisieren die besser ist als dieses aktuell hat so dann gucken wir mal kommt jetzt aktien nämlich aktuell rüstung 5 das ist gar nichts wird dann hat sich schon mal 17 20 53 damit schon 98 das geht tatsächlich schon so stein doppelschwert das macht 19 schaden 19 schaden und 20 rüstungs durchschlag müssen wir mal in unserer waffen kann mal gucken ob wir da irgendwas finden was schon mehr schaden machen würden 19 schaden 20 rüstungs durchschlag hier mal 16 schaden ist natürlich nicht so gut das ist genauso wenig 3 zack können wir nochmal gucken macht aber auch nur 16 alles noch nicht so atemberaubend was wir hier haben die medisches großschwert hätte die gleichen werte würde auch nicht so viel mehr schaden machen die medisches kurzschwert wäre auch eine idee wir könnten auch sagen wir gehen auf deutsche dann würde sie noch mal blutungsschaden machen allerdings habe ich es eigentlich immer ganz gerne wenn wir sie auch ein bisschen auf tank auslegen würden also eher sprich ein schild verpassen wäre im prinzip auch noch mal eine überlegung denn wie gesagt die das kurzschwert ist jetzt nicht so großartig viel besser als das was wir schon haben einzige was wir machen können wir haben ja noch punkte frei gucken wir einfach mal ob wir bei waffen schon ein bisschen was besseres herstellen können das war noch mal eine überlegung so da muss man mal gucken da haben wir hier allerdings nur ein handwaffen jetzt natürlich das problem dass wir da eventuell noch mal zwei händige eigentlich lernen müssen die wir selber eigentlich gar nicht nutzen stahl großachs die würde 42 gesundheitsschaden machen aber bräuchten wir halt stahl erstmal führen das ist halt auch schon wieder das problem eisen großachs 24 eisendoppelschwert 27 könnte man theoretisch sagen 22 für das für den sperr 24 für diesen sperr späre machen auch blutung wenn ich mich richtig erinnere dann lernen wir mal den sperr hier nehmen wir mal den so und dann gucken wir mal was wir da an rohstoffen für bräuchten stückischer sperr gucken wir mal müsste ja rein theoretisch ganz unten ah hier ist er schon so da brauchen wir noch ein bisschen zwirn dann haben wir es schon dann können wir den so direkt schon herstellen ist natürlich arsch teuer ne 45 eisenwaren das ist eine investition die musste man sich jetzt erstmal zweimal eigentlich überlegen hoffen wir mal dass sich die waffe da auszahlt so den zwirn nehmen wir direkt wieder mit und die waffe nehmen wir direkt wieder mit was wir auch mal gucken müssen wie lange wir noch brauchen bis wir zur demontagebank kommen die hätte ich nämlich eigentlich ganz gerne die ist hier unten 37 na gut das dauert noch ne das wird noch eine weile dauern bis wir da sind hmm wir können mal gucken was wir sonst noch so hätten nicht allzu viel was momentan sinn macht ne das ist das problem leider nicht so viel was sinn macht wirst du könnten wir noch mal gucken wir könnten wir die sandsturm maske schon mal herstellen nehmen wir auch schon mal denn die werden wir wahrscheinlich relativ frühzeitig schon die brauchen können gerade wenn wir uns ein bisschen in die wüste noch mal vorwagen wo jetzt nichts großartig an deckungsmöglichkeiten ist ne gebäude können wir auch noch mal gucken aber bei gebäuden haben wir den entsprechenden skill noch nicht ne ah da müssen wir ein level erstmal noch schaffen dann können wir zumindest die grundlegenden schon mal schon mal freischalten das gute ist wenn wir hier oben das bei steinnetzmeister freischalten haben wir auch alle ähm konterpass zu den anderen baustilen schon automatisch mit freigeschaltet dann können wir langsam auch sicher schon mal anfangen so dann gehen wir den guten anna mal die waffe in die hand wechsel mal das mal aus so müssen wir mal gucken die items können wir rein theoretisch erstmal irgendwo ablegen na gut die gamaschen brauchen wir jetzt nicht dringend die füße könnte man theoretisch erstmal naja wobei brauchen wir eigentlich auch nicht heben wir mal nur das schwert nochmal auf so und der rest sollte passen ja der rest passt erstmal so dann gucken wir mal brauchen wir natürlich noch versorgung für die gute anna ne die will natürlich auch ordentlich was zu essen haben so haben wir verschiedene lebensmittel und bei verschiedenen lebensmitteln wie wir hier sehen alles was er zu sich nimmt ist die wahrscheinlichkeit nochmal höher dass ein bestimmter wert nochmal steigt beispielsweise dadurch dass wir anna so ein bisschen als tank ausbauen wollen werden wir ihr mal gegrillte steak füttern denn da werden wir gleich mal gucken jetzt müsste sie nochmal buff bekommen haben wir erinnern uns sie hatte glaube ich irgendwas um die 55 prozent chance auf lebenspunkte jetzt bekommt jetzt bekommt na gut ah hier plus 14 prozent vitalität das kam jetzt quasi durch das bufffood was wir ihr gegeben haben so dann würde ich sagen soll sie uns mal folgen gehen wir mal ein bisschen in den kampf suchen wir uns mal ein paar gegner zum bekämpfen so da folgt sie uns schon mal bisschen mehr als 2000 lebenspunkte hat sie jetzt aktuell schon mal nicht so schlecht ah krokodil so dann kann sie ihre ersten lebenspunkte schon mal oder ihre ersten erfahrungspunkte schon mal sammeln so wir tanken das jetzt erstmal damit sie schaden machen kann so die macht gar nicht mal schlecht schaden wie wir sehen wenn sie der mal trifft so und da hat sie direkt das erste level abbekommen sehr schön können wir mal gucken wie viele lebenspunkte sie jetzt hat ja knapp 200 lebenspunkte schon mal dazu bekommen gar nicht mal so schlecht scheint aber als ob das nicht der hauptwert ist den sie dazu bekommen hat können wir mal gucken sie hat auch stärke dazu bekommen und beweglichkeit das ist gar nicht mal schlecht das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht so dann werden wir mal zu dem dafari lager da hinten gehen gucken wir gleich mal ob wir da nochmal irgendwie was erreichen können gucken wir mal beziehungsweise wir könnten rein theoretisch auch in das große lager da hinten schon mal gehen wo wir das einmal schon ein ableben hatten den kurs ein oder andere krokodil wird hier auch nochmal sein dann kann man das gleich mitnehmen naja da vorne ist schon wieder eins so glaube ich ein krokodil ja ist ein krokodil ja morgen und stich so klappt das nämlich eigentlich ganz gut so klappt das eigentlich ganz gut wir tanken das ganze erstmal und sie kann dann in ruhe schön auf reichweite das vier abstechen und die hat eigentlich immer ganz gut so das gute daran ist halt dass sie zusätzlich auch noch nach blutungsschaden verursacht so gucken wir mal gleich dass wir hier ein paar fischer nochmal fangen nebenbei denn wir werden mit ihr auf jeden fall wieder jede menge fleisch brauchen die hat einen ganz schönen Kohldampf die gute die hat leider einen ganz schönen Kohldampf wo will das vier hin ist zwar ein bisschen weiter weg gekommen das Vieh aber wir haben es noch bekommen so 34 Fleisch haben wir damit jetzt schon mal wieder so denn wie gesagt da müssen wir drauf achten boah ist das viel schnell naja das lohnt sich schon nicht mehr komm mal zurück kleine das Vieh hat sich schon dünnisiert das lassen wir mal ziehen macht nicht so viel sind so ein Vieh auf Teufel kommen raus für alle Ewigkeit zu verfolgen so da hat es gleich wieder ein Level abbekommen sehr schön so die Tiere haben wir leider erstmal aufgescheucht ne wir müssen uns gucken ob wir das hier noch erwischen das hat funktioniert so da müssen wir bei Gelegenheit nämlich gucken dass wir der Gute wieder Futter organisieren muss ne Weile halten so gucken ob sie den alleine kaputt kriegt oder das Krokodil besser gesagt so ne komm stich machs dort so mega atemberaubend ist die Waffe halt leider auch noch nicht die sie hat ne dadurch geht halt ne Menge Schaden verloren gucken wir mal zweieinhalb tausend Leben hat sie auf jeden Fall schon mal aber sie hat schon einiges an Lebensmitteln verbraucht übersehen darum das geht recht schnell das geht tatsächlich recht schnell so guck mal in dem Lager hier oben mal so nebenbei können wir nochmal ne Antilope killen oder auch nicht naja gut da rennt sie jetzt bisschen alle Ewigkeit hinterher das macht nicht so viel Sinn ich glaub die wär jetzt bisschen alle Ewigkeit hinterher gelaufen das wollen wir mal verhindern das wär nicht so geil ja gut das haben wir noch bekommen ein Koch aber man sieht denke schon ganz gut wie viel Schaden das jetzt macht ne naja gut alles davon brauchen wir nicht ich denke man hat ganz gut gesehen wie viel Schaden sie dadurch jetzt schon macht ist natürlich ärgerlich ne einen Koch hätten wir gut gebrauchen können so das ist ein normaler Kämpfer den brauchen wir nicht so dann blocken wir mal so der ist schon mal hinüber ich hab ganz gut ne wir tanken und sie killt das war eigentlich anders als ich es haben wollte eigentlich sollte sie tanken aber 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 oh geht so auch oh derzeit können wir ja schon mal plündern und da können wir theoretisch alles mitnehmen na kriegt sie noch tot naja wunderbar sogar noch mal ein Eisenbacher drin hat sie ganz souverän hinbekommen unsere kleine hälfte zum nächsten level hat sie schon wieder hoffen wir mal dass er entsprechend viel lebenspunkte nachher bekommt hoffen wir mal dass sie genügend lebenspunkte bekommt so ist jetzt auch immer ein bisschen kurios normalerweise müsste man mit dem fleischer ball deutlich mehr fleisch raus bekommen aber irgendwie das war ein blatt schuss irgendwie das war ein blatt schuss so hier haben wir auch noch mal so ein vieh so brauchen wir erstmal jede menge nahrung für unsere gute anna die hat hunger ohne enden müssen sie die haare vom kopf so gut die eine da vorne nehmen wir noch mit und dann kehren wir erstmal kehren wir erstmal zurück zur basis wir uns beinahe entwischt das Vieh glaube ich das so aber reicht erstmal reparieren wir gleich unsere ausrüstung nochmal bogen kann man auch nochmal reparieren äster haben wir zum glück genügend dabei so und dann kehren wir erstmal zurück zur basis wir könnten uns jetzt auch teleportieren rein theoretisch mit der teleportfunktion aber dadurch dass es ganz gerne mal äh äh probleme macht und äh ja der troll dann irgendwo stehen bleibt und nicht hinterher kommt wir haben wir den weg einfach mal zu fuß laufen wir müssen auch mal wieder Lebensmittel für äh zu uns nehmen sie sich grad ne wir müssen tatsächlich selber auch mal wieder was essen so so klingt man mal wieder ein bisschen was mit unseren leckeren fruchtsaft hier so dann wollen wir mal laufen wir mal erstmal wieder zurück zur basis wenn wir tatsächlich auch mal gucken wie schnell die bäume hier wieder respawn ich hatte ja riesen kahlschlag gemacht ich habe sämtliche bäume abgebaut hier für unsere baustoffe für das nächste große bauprojekt so schön beim fuß bleiben hier oh da oben ist schon wieder ein neuer swall da oben ist schon wieder ein neuer swall den können wir aber glaube ich getrost liquidieren denn erscheint ein männlicher zu sein wir wollen uns ja nur damen holen schön den rücken die haut gut rein wenn sie denn mal will ne jede menge rüstung drin gewesen sehr schön ja eine ganze menge an rüstungs material zwei handschuhe wie es aussah können wir gleich mal gucken wir haben ja aktuell keine mehr ne nehmen wir uns einmal gleich dann können wir einmal ihr theoretisch auch geben ja erstmal passt das zum outfit besser und äh zweitens ja wie gesagt hat es mehr rüstung wie viel rüstung hat sie denn jetzt überhaupt 137 ui das ist schon mal nicht schlecht das ist schon mal nicht so schlecht so was wir auch mal machen werden werden wir unsere heiltränke wieder ein bisschen nachlegen wir zwar hier nicht Gefahr laufen mal aus versehen dann doch mal ein bisschen mehr schaden zu kriegen so krokodile scheinen momentan keine da zu sein gut ah da vorne ist noch eins naja komm das schnappen uns mal vielleicht reicht es schon dass du wieder ein level abkriegt übersehen blutung und hat ordentlich bürst damage gemacht mit dem sperren das mag ich nämlich eigentlich schon ganz gerne ja gerade der blutungsschaden macht sich dann immer bemerkbar bei gegnern die sehr viel leben haben schauen wir mal ob hier vorne auch schon wieder das krokodil liegt ja gerade bei gerade bei bossen die relativ viel lebenspunkte haben dauert das sonst ewig die runter zu zergen und so wenn wir halt sie dabei haben und sie verteilt jedes mal blutung geht das ein bisschen schneller wir machen mal gleich wieder eisen mit wenn es denn hier gerade respawnt wenn er die gelegenheit mal nutzen jetzt haben wir ja den gegner hier gerade niloy gemacht ob hier vielleicht noch irgendwo eisen ist aber sieht nicht so aus ne scheint nur ein knot gewissend zu sein auch ein bisschen ärgerlich ne ein knoten eisen ein bisschen wenig hier sind auch noch keine steine müssen wir mal abwarten bis wieder alles bespawnt so dann werden wir für die gute für die gute anna mal lebensmittel kochen ne sind wir mal so frei gucken wir mal wie gut die wie weit die gute tessa ist das dauert wieder noch so dann gucken wir mal werden wir mal sämtliches fleisch für sie hier mal zubereiten so gucken wir mal hier haben wir bestimmt auch wieder was ja die zähne zum beispiel ja theoretisch wir heben es erstmal auf aber ich bin mir noch nicht so sicher ob wir die knochen wirklich brauchen so das menschengedöns können wir wieder machen so können wir erstmal einlagern den Rest muss man auch mal gucken vielleicht wieder ein bisschen Ordnung halten so gucken wir mal hier haben wir nochmal knochen ob wir im ersten knochenpfeiler erbeutet cool so und den Rest kann man in die andere Turo packen eisenkoppfeile knochenpfeile können wir rein theoretisch schon mal mitnehmen denn ja so atemberaubend viele Feuersteinpfeile haben wir jetzt auch schon nicht mehr so und die Sachen können wir zur Not alle erstmal einlagern dann haben wir erstmal wieder ein bisschen was so was wir auch nochmal demnächst dringend machen müssen da denke ich nämlich gerade dran äh wir müssen unseren Feuerschalenkessel mal bauen den haben wir noch gar nicht gemacht damit wir nämlich hier auch richtige Ziegel herstellen können und auch nochmal andere Materialien die wir jetzt aktuell gerade brauchen gar nicht mal so verkehrt aber wir haben schon mal ein bisschen was an Eisen ne fast 1000 Barren haben wir mittlerweile habe ich alles im Hintergrund wie gesagt zwischen den Folgen schon mal gemacht damit wir hier ein bisschen schneller vorwärts kommen so und dann gucken wir hier drüben nochmal ja schon mal ein bisschen Leder in Auftrag geben so gucken wir mal das hier und das hier und ab dafür Holz können wir auch gleich wieder gucken so geformtes Holz brauchen wir halt auch ohne Ende so da müssen wir mal gucken wenn ja schon mal gucken was wir für den Feuerschalenkessel so brauchen ob wir den eventuell schon mal craften können so gucken wir mal da haben wir einen Feuerschalenkessel 50 Eisenbarren bräuchten wir ne was wir mal machen können ich glaube wir können den Verbesserten schon bauen dann sparen wir uns den anderen nämlich ja den können wir im Prinzip schon lernen guck mal guck mal so auch mal 100 Eisenbarren ui aber die haben wir ja zum Glück ne dann craften wir uns nämlich schnell mal ein Feuerschalenkessel dann können wir nämlich schon mal ja den zumindest schon mal fertig machen so jetzt machen wir die Gelegenheit auch gleich nochmal und reparieren unsere Werkzeuge nochmal ja wenn wir das Eisenmaterial nämlich grad dabei haben Schettin brauchen wir für die Reparatur ach du Gott ich glaube Schettin hatten wir auch noch irgendwo liegen ne so dann gucken wir mal Feuerschalenkessel ja da brauchen wir den Verbesserten was wir auch mal gucken können was wir für den Kochherd brauchen ui 100 e 50 Eisenverstärkungen würde ich auch fast sagen da warten wir bis wir den Verbesserten haben dann sparen wir uns nämlich einmal ähm Materialien ich glaub ich sogar sinnvoller so dann gucken wir gleich mal dann können wir den gleich wieder in unser Hauptgebäude stellen und dann können wir da schon mal die erste Alchemie betreiben denn wir müssen so schnell wie möglich eben ähm ja unser Stahlfeuer herstellen dann sehen wir mal hier unter das Fenster am besten ja gucken wir nämlich gleich mal dann können wir gleich Schwefel und alles reinpacken ohne Ende haben wir da gleich eine sinnvolle Verwertung für so das hier noch das Stahlfeuer muss dann später da rein ja Atemraum, vier Schwefel haben wir jetzt noch nicht aber es geht voran irgendwie wir sehen so meine Freunde ich würde mal sagen dadurch dass wir gerade bei 30 Minuten ankommen machen wir an der Stelle mal eine kleine Folgenpause bietet sich gerade ganz gut an denn wie gesagt dann können wir in der nächsten Folge schon mal die ersten neuen Sachen herstellen und können wie gesagt mit der guten Anna mit genügend Lebensmittelvorrat dann auch mal eine etwas größere Expedition starten gerne wieder flessig kommentieren und bewerten gerne ein Abo lassen wenn ihr das erste Mal auf meinem Channel sein solltet um hier keinen neuen coolen Content zu verpassen dann sehen wir uns schon bald in der nächsten Folge bei Conan Exiles bis dahin immer schön gesund bleiben und auch ciao